Wer ist der Feuerteufel von Oldenburg? Es ist gerade einmal fünf Wochen her, da hielt eine nächtliche Brandserie die Oldenburger mehrere Tage in Atem. Zahlreiche PKWs wurden Opfer der Flammen. In der Nacht zu Freitag brannten wieder zwei Autos in unmittelbarer Nähe zu den alten Tatorten ab. Eine Anwohnerin alarmierte die Feuerwehr. Sie hatte einen Knall gehört und dann einen Feuerschein gesehen und daraufhin die Feuerwehr benachrichtigt. Die Feuerwehr und auch die ersten Funkstreifenwagen waren wenige Minuten später vor Ort und stellten fest, dass zwei Fahrzeuge, die hintereinander abgeparkt waren, in Brand geraten waren. Der Brand dort ist die Koppelstraße zwischen dem Gebäude der Staatsanwaltschaft und der alten Justizvollzugsanstalt. Ein Übergreifen auf benachbarte Gebäude konnte verhindert werden. Von den beiden Autos blieben nur noch verquemte Wracks übrig. Beide Fahrzeuge brannten unabhängig voneinander im vorderen Bereich in Höhe des Kühlergrills. Ein deutliches Indiz für Brandstiftung. Zuletzt gab es im Juli vier Brände in der Hunterstadt, bei denen insgesamt 14 Fahrzeuge zerstört wurden. Mittlerweile beträgt die gesamte Schadenshöhe schon mehr als 150.000 Euro. Die Sonderermittlungsgruppe Zünder mit vier Brandexperten wurde gegründet. Doch auch die Kripo steht vor einem Rätsel. Leider haben wir noch keinen Tatverdacht bisher, praktisch keine Spuren. Die Ermittlungen gestalten sich sehr, sehr schwierig. Wir müssen ganz ehrlich sagen, es sind nicht wirklich Muster zu erkennen. Weder was die Fahrzeugtypen angeht, noch eine Beziehung zur Justiz, noch die Art und Weise, wie die Brände gelegt werden. Es gibt da keine festlegbaren Muster. Das macht das Ganze so schwierig. Jetzt sollen die Ermittlungen weiter verstärkt werden. Denn mit jedem weiteren Pkw-Brand steigt die Unruhe in der Stadt und damit auch der Druck auf die Polizei.